Herzlich willkommen! Herzlich willkommen! Das letzte Mal lasen wir einen Text über das Glück, das durch die Gedanken der Offenbarung zu finden ist. Heute geht es um das Thema Gnade und Friede von Gott. Und wir lesen jetzt aus dem ersten Kapitel die Verse 4 und den ersten Teil von Vers 5. Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und der Herr über die Könige auf Erden. Johannes, einer der zwölf Apostel, verfasste ungefähr um 95 nach Christus diesen Brief. Er schrieb an sieben christliche Gemeinden, die sich auf dem Gebiet der heutigen westlichen Türkei befanden. Der Anfangsgruß, Gnade sei mit euch und Friede, soll dem Leser bewusst machen, dass Gott den Menschen ohne Vorleistung annimmt. Gnade heißt, mich nimmt jemand an, ohne dass ich es verdient hätte oder ohne dass ich es erarbeiten oder vorher etwas bezahlen müsste. Wir müssen also Gott nicht zuerst irgendwelche religiösen Opfer bringen, damit er uns liebt. Wir müssen nicht einen besonderen Stand erreichen und besonders gut sein vor ihm, damit er uns annimmt. Sondern ein aufrichtiges, vom Herzen gesprochenes Gebet genügt. Gott will einfach, dass wir uns ihm nähern und er wartet auf uns. Wenn wir das erkennen, dann hat das seine Auswirkungen. Wie wirkt es sich aus, wenn man sich von jemandem angenommen fühlt? Das ist doch eine schöne Erfahrung. Durch die Gnade Gottes, die uns hier zugesagt wird, wird der Friede Gottes in unserem Leben spürbar werden. Friede ist ein Zustand der inneren Sicherheit. Nichts kann uns aus der Hand Gottes reißen. Wir müssen nicht alleine kämpfen, sondern können aus dieser Geborgenheit in Gott Kraft schöpfen. Gott stellt sich vor als einer, der da ist, der da war und der da kommt. Damit überblickt er die Gegenwart, die Vergangenheit und die Zukunft. Er kennt nicht nur die Geschichte der Menschheit, sondern das Leben eines jeden von uns. Die erwähnten sieben Geister sind ein symbolischer Ausdruck für den Heiligen Geist. Jesus sagte, dass der Geist Gottes uns die Augen öffnet, damit wir geistliche Botschaften verstehen und den Frieden Gottes erfahren können. Er sagt, Ist das nicht ein wunderbares Versprechen für Sie, für mich? Als Erstgeborener von den Toten, wie es in unserem heutigen Abschnitt steht, bestätigt Jesus mit seiner Auferstehung, dass es Hoffnung über den Tod hinaus gibt. Ich lade Sie ein, mit mir folgendes Gebet zu sprechen und die Gnade und den Frieden Gottes zu erfahren. Gott im Himmel, danke, dass du es gut mit mir meinst und mir deine Gnade und deinen Frieden schenken willst. Danke, dass du mich einfach so annimmst, weil du mich liebst. Amen. Schön, dass Sie heute dabei waren. Das nächste Mal werden wir einer sehr wichtigen Frage nachgehen, die Sie vielleicht auch schon einmal beschäftigt hat. Warum musste eigentlich Jesus sterben? Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Schritt darüber Gedanken machen werden. Auf Wiedersehen. Ich freue mich,